Gamescom 2022. Absolut krank, was hier los ist. Ich finde die Leute hier einfach nice. Ich bin die neue beste Freundin, das Eraser-Girl. Herzlich willkommen Gamescom, herzlich willkommen hier auf der Medion Eraser Truck Area. Ready for some Scouting? Let's go! Europa-Neuheit, das erste in Serie hergestellte Notebook mit dem neuen Intel-Grafik-Jean drin. Da bin ich sehr gespannt, wie die so performen wird. Ja, also ich habe einfach generell Bock mal zu sehen, was das Feld kann. Es wird ein intensives Ereignis, einmal auf der Bühne stehen. Man sieht sich.